hallo leute willkommen zu einem weiteren part pokémon glazed ja ich habe gesehen im letzten part hat sich der schlagsahne in den kommentaren über den namen von visortod gelacht kann ich definitiv verstehen ich muss auch sagen dass ich den relativ witzig fände so dass ich den einfach ganz ganz so ganz trocken affe genannt habe und alter müssen jetzt die ganzen amino nachrichten reinkommen ich stimme jetzt alter ich nehme jetzt hier vor sieben vor 20 uhr auf damit ich vielleicht sogar heute eriolo entwickeln kann sonic boom kein gutes spiel aber okay ich gehe jetzt erst mal zuerst zu schlagsahne und danach wieder zu osman ja heute waren die waren für artikel 13 artikel 13 gut durchgelassen alter was ein scheißdreck würde ich habe mich am liebsten aufreden jetzt mhm 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 tisch jetzt die ganzen aminoeristen bekommen naja mhm mhm Hm, hm, hm. Hm, 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 hm. Der Standardscheiß eben, wie immer. Hm, okay. Oh nix. Ich geh sicher als Cybertruck viel raus. Aber das macht sowieso mehr Schaden der Schaden der jede Runde kommt. Wasser...Aquaknarre. Ich kann gerade irgendwas mit Wasser sagen, aber die Attacke heißt Aquaknarre. Ne, ihr seht schon, ich nehme sie um 18 Uhr auf. Das Video sieht man unten links. So in ganz klein. So im Rest sieht man die Prozentanzahl meines Reeds. Noch so einer? So. Boah. So. 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 Okay Kifi macht das. Okay. Ok. Ah duh ich hab den sogar facing. Weiß ... neighbors was das ist ein Problem fragst hiere das kracks leist ... nenns ... jetzt hätte ich gerne eine kampfattacke und die fans hätte super geklappt konter focus punch er macht gar nichts okay sie macht das hier perfektiv hier ist sogar ein one hit so habe ich mal schlagsahnes kp aufgeheilt so habe ich mal schlagsahnes kp aufgeheilt und warum kann ich habe kein zertrümmer ran natürlich muss ich jetzt mal die ebene weg sind damit ich dadurch kann interessant stahl aus so weint macht da Okay, er macht härter. Kriegt er den Fokusschluss jetzt ab. Macht aber nicht so viel Schaden, nehme ich an. Also weil er jetzt bloß als Defense ist, nur ein bisschen Stahlos ist. Aber war eigentlich ordentlich ein Schaden, muss ich schon sagen. War schon ordentlich. Rage. Wow. Das konnte ich jetzt aus. Okay, der kann Ruhlschmecher mit Rage machen. Es geht seine Attacke daneben. Der weiß ja eigentlich, dass ich konnte ab. Naja, hat Riolu auch den besiegt. Wollen wir sehen, bekommen wir jetzt endlich Lucario. Edmund. Krieg ich durch dich, Lucario. Ja! Ja, nun, Schlagsahn entwickelt sich. Und zwar zu meinem Lieblings-Pokémon, Lucario. Ohne Scheiß, der Platz wird nach Lucario benannt. Glückwunsch, dein Schlagsahne wurde zu meinem Lucario. Ja, Glückwunsch, dein Schlagsahne wurde zu meinem Lucario. Dankeschön. Aurasphäre, Alter. Geiler Scheiß. Ne? 90er Angriff. Also, Konter. Agilität und der andere Scheiß. Könnte mir noch nützlich sein. Endlich eine vernünftige Attacke auf Lucario. Hat ja nur 100 Jahre gebraucht. Gedauert. Ja, das Zertrümmerer-Pokémon habe ich keins. Ich mache die Nachrichten-Aubenschuhe ganz schnell weg. Alter, haben wir endlich einen vollentwickelten Starter. Warte, hier bauen wir Zertrümmerer jetzt. Und für wo soll ich das jetzt herbekommen? Warte, komm. Ich tue ich jetzt meine Wut an dem auslösen. Aurasphäre. Kame. Kame. Hame. Okay, schade. Keine besondere Animation. Aber geiler 90er Angriff. Also, geiler Move mit 90er Stärke. Hä? Hier geht es also nicht storymäßig weiter, oder was? Wo kann ich hier durch? So, okay. Ich kann hier durch. Alter, hier haben wir ja einen Polidot, der jetzt hier in die Luft springen will. Oder war das Polidot? Weiß gerade nicht. Ob wir dem aufhalten sollen oder helfen sollen. Ich glaube, aufhalten eher. Also, in eine Höhle zu springen ist jetzt nicht so schlau, wenn noch Leute drin sind. Ja, generell eine Höhle würde ich generell nicht springen. What in the... Who let the kid appear? This isn't a playground. Pah. Since when did caring about the dam ever get me anywhere? I need money and to get money I need electricity. No stand back kid. Fire in the hole. Three, two, one. What's that? Avalanche. What's going on here? Ja, die Schülschwürze sind aber, weil ich hab schon noch einen Pokokampf. Alter, zu Bieres gibt's hier. Zäbelei. Ganz ehrlich, beim nächsten Schorludior. Das fange ich mir sogar nehmstens Team, alter. Okay, der Felsen kann ich... Zubat ist aber kein Aaron. Ohne Scheiß, ich benutze super oft. Obwohl, der wisst ihr was? Ich benutze doch lieber kein Stahl haben wir ja schon mit Lucario. Ohne Scheiß, was ein Vollidiot. Ne, der Gesteinstype war zwar neu, aber ich hab den Stahltypen von Lucario vergessen. Obwohl ich... Dolos schon cool wäre. Muss ich schon zugeben. Ohne Scheiß, was ist das für ein Vollidiot? Wer sagt ihm aufzuhören? Und der so, Alter, was juckt mich, der Damm. Ich brauch's Geld. Ich brauch's Geld. It looks like the avalanche stopped. Thank goodness. It did or someone who's gotten very badly injured. You seem exhaust. Come, rest in the hiker's hut. I'm sorry about this. I was reckless and caused everyone to be in danger. I learned the hard way. It's not much, but take this. HM04 Ist das, äh... Strength, okay. So, ich brauch jetzt erstmal, ähm... Back to normal. Achso, okay. Dann muss ich jetzt erstmal den Orden machen. So. What is it? I'm Buzzy. I managed to overhear the location of what you see from the foreman in Gemini town. Only the kid and the foreman know it. Hmm. Take care of the kid. As for the foreman, fetch me my son Henry. As you wish. Da michael, 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 michael. Immer nur am scheiße machen. Also die ganze Zeit ist dieser Mimo auch nie aktiv. Warum jetzt auf einmal? Pichu, okay. Ich muss jetzt die Arena machen, und danach muss ich darunter, äh, wo, äh, der Stärke Stein ist. Ich weiß gerade, was der dritte Orden ist. Äh, muss ich jetzt noch hoch zu ihr. Ich gehe mal sicherheitshober, hoch, halber, hoch. Der Demand ist too much. Kannst du jetzt nicht wieder normal sein? Power Levels returning back to normal. Hey, for a kid, you did pretty damn good. Hier, take this as my fangs. In Ordnung? Okay, ne. Alter, die nächste VM! I can go back to my gym now. I better get a challenge from you. As a green. Ähm, so, wir haben jetzt, glaube ich, doch den Zertrummerer zusätzlich erhalten, ne? Hier, haben wir. Ich werde dem bei Buddy jetzt, äh, Affe beibringen. Er kann, kein Stärke erlernen. Er kann auch kein Rocksmash. Was soll das für, was ist das für ein VM-Sklave? Was ist das für ein schlechter VM-Sklave? Nicht zu gebrauchen. Er kann weder Stärke noch Zertrümmerer. Er kann seine weiterentwicklung das wenigstens. Guck mal. Naja. Jetzt hat er uns von nichts zu interessieren. So, Siebway Town. Warte, erst mal heilen. Alter, man... Hey, I remember you, my mom is the gym leader here and she asked me to filter you out the strong from the weak. Are you ready to prove yourself? Also, ich hätte mich gern noch geheilt, aber ich idiot, musst du ja schon reinrennen. So, der Sohn? Guck mal Trainer, Fragezettung, 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 likes to battle. Sit out, äh, Hando. Okay. Da ist Schlagsaade vielleicht ein bisschen fehl am Platz. Alter, das ist so geil, Lucario zu haben. Ach, come on. Okay, kriegt halt jeder eine Chance. Seppichurifix haben wir sowieso in dem Parton nicht gesehen. Finte. Ja, komm. Nicht sehr aktiv macht aber trotzdem eine Menge Schaden. Und Smog geht daneben. So. Croconeau. Äh, Croconeau. Komm, neben der Lucario. Da will ich keine Ahnung, was gegen Tyra Croc sonst machen soll. Dumm, 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 dumm. Dumm, 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 dumm. Dumm, dumm, dumm. Aurasphäre. Bäm. Ich gebe auch Aurasphäre. Aurasphäre ist eine geile Attacke, muss ich sagen. Er kann ruhig rangehen, soviel er will. Alter, Quick Attack macht die Attacke auch nicht wieder Sinn. Durch den hohen Angriff von Lucario. Aurasphäre. Porygon. Okay. Aber ich merke gerade, ich hätte auch gegen Huhn Duster halt nicht auch drinbleiben können und, äh, Aurasphäre machen können. So, 3 Franken sollen dann ausprobieren. Okay, ich verletze die Arena jetzt auch mit den schön verpackten Grafiken. Aber ich muss, äh, ins Pokémon Center. Ja, wo war das nochmal? Ja, die Stadt, ist das irgendwie die Hauptstadt oder so? Weil die ja schon ziemlich groß ist. Keine Ahnung. Ja, ohne Scheiß, selbst wenn wir jetzt das Spiel durchspielen oder so, Lucario wird fett im Titel stehen. Hm, 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 hm. Okay. Okay. Ah ja, grün. I see you've already met Flo. But did you know she uses Watertypes? Wie careful if you have a Firetype. Ich hab keine Feuertypen. Ich muss eigentlich, äh, Soroak oder Lucario eigentlich. Oder Osman halt, aber Osman würde ich eher am wenigsten nehmen. Wasser Arena, okay, die sieht gar nicht aus wie Wasser, die Arena. Und ich halt zuerst dachte ich, ähm, das wird irgendwie Elektro, aber Elektro hatten wir ja schon. Erst Arena. Weiß nicht, Sparky? Wie hieß der so? Klozel. Alter. Ähm, ja, aber kann so übertreiben, ne? Prutsch. Wie, hm, 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 hm. Kruntch strings deathü, warum mach da eigentlich em Knirsch aufnen, das Typo und licht ist. Weil es seine krasse Fähigkeit hat er hier sowieso nicht. Floatsel ist schon wieder eins. Alter. Nervt das Ding. Aber okay. Bensig irgendwie hat sich das gewinnen, das ist vernünftig EP. MMMM, dumm, 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 dumm. Vor allem warum macht da, hat die Findle da jetzt mehrer Schaden gemacht, das bei ihm 28er, 4? Verstehe ich nicht. Irgendwie habe ich gerade Flashpicks an die Arena von Marienus in Schwarz und Weiß. Diamant und Perl Da hat er ja dieses Pokémon als der Main Und das war schon stark So, Jack Cool Fisch Und ich weiß eigentlich, das nächste Pokémon, das wir bräuchten, damit unser aktuelles Team richtig gut ist, wäre, ähm, äh, äh, ich habe jetzt die Entwicklung von, äh, Pyduopi vergessen, Pyduopi, äh, Sumpex, genau, Sumpex Aber ohne Scheiß, wenn, dann wird es eben dem Part nicht passieren Lucario nimmt schon diesen Platz ein Oh, Tottel Ne, eigentlich braucht, äh, Murabel Auf nur noch 1 Level bis zur Entwicklung So, Shilok Aurasphäre Watergun Kurz vor Level 38, Lucario, Respekt Eigentlich müsste ich mir die Nase putzen, ne? Seedra Seedra Das ist auch Simon Alter Wow krass das ist ein Sweet Wie viel macht der Okay Mit so viel Schaden hätte ich jetzt echt nicht gemacht Twister okay Das spielen wir jetzt aber nicht oder Voll nicht auf Tackle Fuck Das Problem ist Wasser wird Tritt auf dem neutral Warum Ich bin eigentlich dumm Warum ich auf Akku knarre Das ist ein Wassermord Bin komplett behindert Warum kann der Scheiß flinchen eigentlich Smokescreen Player defeated Son Beffer Janett Bin irgendwie Paul gerade ins Pokonzetter zu gehen Ähm So So da kommt man vorher nicht hin Ähm Ich heil den Ball jetzt schnell Bei der Uhr scheint da sieht man es da auch Dass es ein Smart Tack ist Weil bei Feuerholz und Blattgrün Wird es da noch einen unnötigen Effekt geben So Nicht dass er nicht schön ist oder so Aber der ist einfach unnötig Ja Richtig schönes Wasser Richtig krasse Texturen für GBA Verhältnisse ne Ist ja nicht so als hätte J9 selbst bessere Wassertexturen gehabt ne Poliwag Oder Poliswag Wer weiß schon ne Ähm Mattshot Wie viel macht den Schuss Ja Macht Macht gut Schaden Ich find's aber nur ganz dass Poliswag So nicht den jetzt Ähm Schneller als das ich Jetzt auf einmal nicht What Lexis mit Poliwag Weiterentwicklung Quapuzzi Natürlich Nimm die jetzt alle Profitieren die jetzt alle vom Ähm Regen Tanz Deckel Art Maybe Mh 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 weil er jetzt schon so da am level ist noch kommen als ob okay das habe ich jetzt nicht erwartet so level 36 sogar ganz knapp nur ratini ist ja mein lieblings wasserpunkt zusammen mit glurak ja wirklich ratini sieht was wie ein wassermon ein bisschen schon aber das ist kein wasserpunkt dass es ein drachen mon der passt nicht so ganz rein aber hey das ist nicht so seltsam wie diamant und perl diamant und perl ist es noch randomer also dieser lag gerade alter mobiles und hör auf ich kann ja auch so sehr schnell jetzt nach korea anrufen oder wo immer die sich befinden ich glaube es ist sogar korea und dann sagen ey könnt ihr mal diese legs fixen ob die überhaupt auf das feedback hören weil die episode richtig scheiße geworden na nun osmann entwickelt sich ist das letzte mal durch diesen text vorlesen darf in der kopie hat schon irgendwie damit duft ich das ja nicht weil ich irgendwie doch nicht entwickeln kann was eigentlich dem kompletten lust macht aber okay so glückwunsch dein osmann wurde zu einem zum text und gratulations du osmann evolved into a swamp hurt ich hab ja gar kein so zum text habe ich würde sagen ich bring zum text auch mal gleich erdbeben bei kann lucario selbstverständlich auch lernen werde ich über war später irgendwann kaufen lassen wir den lebensschluss noch da wird sagen wir haben jetzt noch arena action ich will nicht weiter gut you made it i tough you you chicken out for sure well and flew and i kick but with the water type let's see if you can handle me nichts lieber als das war turtle versus swamp hurt so schiller gegen zum text ja beben das überlebt so eisbeam ok das ist neutral so hat sie eine böse waffen gegen pflanzen pokémon falls ja ihr man überlebt das reicht doch safe aus wenn nicht dann gehe ich mich vergraben ok ich gebe ich vergraben leute tschüss ich war's ich habe jetzt echt nicht erwartet dass das wirklich so wenig macht im vergleich zu erdbeben so schillock ist besiegt sidra ist das seda king sidra ne semon nur ok nötig 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 wird interessant, weil ich nicht weiß, was es gegen Lukaro machen soll, wenn es hier schon ausgerechnet auf Milotic geht. Ich denke aber, dass es hier Main, weil es Level 35 ist, dass es auf dem Level meines Oroargs ist. Ah, Surfer, okay. Ich gehe jetzt auf Save, ich gehe auf Aurasphäre. Die Super Potion halt noch nicht mehr genug auf, da ist Aurasphäre überlebt. Warum macht es jetzt so wenig auf einmal? Naja, tschüss Milotic. Alter, 1500 dp. King Drop. Was habe ich bei dem noch gesagt? Seedra King, das kommt erst jetzt. So, C-Pitch-Ref Y, der eigentlich C-Pitch-Ref X heißen sollte, aber egal. Der Flo. Finte. Ich hätte zwar lieber Finsdauer, aber ich habe nur Finte. Ja, Leftovers. Stimmt, die haben ja alle Leftovers. Oh, Mann. Komm und kill dieses Ding. Dragon Dance. Alter. Will der mich jetzt sweepen? Bei dem Milotic ist sogar sein Main, ne? Diese scheiß Leftovers. Erdbeben. FBI, open up. Was ist da los? Sag mal, will mich dieses Ding jetzt ernsthaft sweepen? Schreibt doch Revive, oder? Oder? Ich bin so ein Vollidiot. Komm, ich glaube, das ist nicht so effektiv, oder? Ach, komm, mach deine Scheiß Leftovers, ich heile mich jetzt erst mal. War es ein Glück, dass Lucario, ähm, nicht so effektiv getroffen wird. Okay. Eigentlich muss ich auf die Verwirrung hoffen, ne? Aurasphäre. Warte, stimmt, das geht nicht schneller. Stimmt, das hätte ja auch noch einen Angriff, geil. Ja, 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 mach nur, mach nur, mach nur. Gibt's das alles zurück? Ist confused. Alter, jetzt, der ganze Hext, der auf uns gekommen ist, im letzten Part, der kommt jetzt auf, äh, hier zurück, ne? Alter, war das ein knapper Kampf. Ich habe jetzt mit allem Gerchen, aber nicht mit Drachen-Tan. The quest badge allows you to use Rock Smash outside of battle. It also raises the speed of all your Pokemon by a small amount. You managed to help me with the power spike in Germanite Village. And you defeated me. You are definitely a different sort of trainer. Take this. Team 03. Team 03 contains my favorite water tank. Waterpools. It has a small chance of confusing the target too. Well, I don't have anything else to give you. Leute, tschüss.